60 punkte ok zu weit im wasser gelandet ja nein scheiße ja nein vielleicht doch ja jetzt bitte bitte nicht bitte nicht so weit bleiben kleines ich erwähne noch mal wie war das mit dem nicht gut also du bist ein bisschen weiter hinter mir mit 68 punkten und ich habe 65 punkte halten ja nicht ich sag mal vielleicht solltest du das wäre vielleicht ich packe immer nur kleine brötchen also herr kann ja die sind heute aber verdammt schlecht also noch schlechter als sonst ausrasten ist immer gut jetzt war ich auch den normalen weg was soll's 65 war das dein alter oder die kuh mein alter so jetzt aber fliegt eine kuh kann nicht landen kommt ein geil kommt ein geil kommt ein geil weiß der kuh in die weil die gitarren hier das ist das eier die gestorben presentiert so entscheidest du ganska ja ja i understand aber das ist ja die gestorben sind und deswegen sind jetzt geister ich kann vielleicht noch auf dem dritten schaffen brunke okay das ist interessant gut gemacht ich hab's in zwei schlägen ich hab's in zwei schlägen geschafft ich hab's trotzdem schlecht so immerhin in sieben ich auch okay das ist interessant dass ich erkunde mal die felsen was gibt es da so leider nicht viel ich bin bis auf granit gestoßen felsen granit der gut ein ganz enges ding hier zwischen uns ein punkt auseinander immer noch nicht da das ist ein wunder man bist du heute könntet ihr das außerhalb dieses schatz austragen meine fresse das locker nicht im chat das ist im sprachschatten meine ich jetzt ich dachte sowieso nicht wer austeilt muss auch reinstecken können ich kann sehr gut ich habe da so eine kleine leite stimme das war der festsack der da war erinnern sich ja ich hatte meine ich hatte ich habe schon den zweiten gemacht also warst du bist auf dem zweiten nein ich hatte schon den zweiten dieses ach so und ich höre ich höre jetzt auf weil es kann doch noch schlechter werden ich bin sofort wieder da gibt mir eine sekunde naja wir machen mindestens noch einen kurs ja ja sagen wir auch noch zwei machen das heißt eigentlich nur ein bisschen der hecke fahr sind weil ich habe irgendwie so ich weiß also sozusagen ich mache ja nur bis 21 uhr deswegen habe ich mir immer so gedacht wir machen so bis 19 uhr 30 golf wird und dann machen wir sagen ja genau deswegen ja deswegen können wir noch ein oder zwei kurse machen was hast du gesagt nichts gar nichts gesagt ich bin zufrieden ok nächste runde ja ich bin wieder hier nah muss der hund raus nicht lange vor ort an einen anderen ort mir wird sich zugehört ja ich habe die kleine für eine woche für eine woche daher das für eine woche sowieso schon vip sind denen wird das natürlich nicht weggenommen aber ich war noch nie ja ich habe ich glaube ich noch nie also außerhalb von außerhalb des kanals vip obwohl ich habe einmal was genau für ein bier getrunken ist das etwa leckeres herrenhäuser ja nein also ich will jetzt schon mal von rum was ich habe leider nicht zufrieden kommt zu kacke wer war das ich glaube nicht dass das mit sich was ist für eine scheiße wie gentle steht er doch sei sanft er kann ich sanft sein wieso ich will meine schwester nicht wissen ja zum letzten mal die g der vergleich ist eklig ich habe das auch gar nicht gesagt nicht so schnell so fast oh ja das stimmt das war jetzt zu schnell ok hallo da oben kennst du mir geben einen dinero da ist auch noch so ein ding zwischen hier scheiße vielleicht und wie möglich dessen frisch ist du musst ihr müsst sanft sein lang oder das geht auch wir sind doch sanft pfoten ja aber sanft pfoten heißt nicht sanft pfoten sanft ist mir egal ist mir egal hey das nieder römer 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 slash io als ok feldes look das Place beschrift der interessant aus dem auch mal easy kacke concise prall pac ich bin er eigentlich im medium rhein bin aus versehen auf hart und habe dann gesehen auf welcher band du bist und wie ich bin erst in medium rhein dachte so geil dann bin ich aber von medium auf hart weil ich nicht das loch getroffen also nicht die rolle getroffen habe war drauf und bin dann auf deine bahn rüber gesprungen doch natürlich schwierig am eingang da war schwierig oder ja genau am eingang so jetzt habe ich es auch geschafft ich bin aus dem loch ausgefahren um klub so schön werden können wenn du es mir nicht versaut hätte das wer berührt ich war vor dir überhaupt durch die luke durch ich habe ich will auch pudding wir haben wir müssen nicht nur machen pudding ist super für kein pudding gelocht wächstes loch so so lowly da okay das ist interessant knochen ich komme noch nicht mal vom start weg was hat der staat damit zu tun der vater staat so kurz hat es jetzt auch geschafft wie eine honigbiene man muss über die wirst du den pfeiler da ich verstehe du musst einen flugwagen das habe ja schon einen flugwagen nicht zu verwechseln aber okay komm schon dann mag ich nicht so jetzt hat es ja auch nicht das ist nicht hilfreich wenn du das hast noch mal so zu deine sätze sind auch nicht hilfreich ich habe ich habe auch gar nichts gesagt ich bin auf den dritten gerutscht wohin müssen wir hier ist das ist interessant aber man muss hier lang ein kleines gerutscht wo soll man hin ich glaube übers wasser müssen war ich verstehe da hinten ist das alles klar stand zu mir wieder im weg die ganze zeit im weg ja ich mache es schon platz ist voll doch nicht rum nein bitte nein 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 eingeloggt eingeloggt bitte 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 drucken bis bei und dies auch drinnen meine damen und herren diese spiele und hier haben wir wieder kann man in die karte auf der genau wenn man auch aber das boot ist ziemlich cool finde ich also auch wenn der weg geht ihr das denn geschafft also ich bin das boot rein wie du bist in das boot da wo frutus ist auf der einen plattform direkt links davon also schräg von einem loch nein komm schon das war's dann mit dem ersten platz okay das mein kopf an kopf renn diesmal hier noch mal sehen was kommt okay nächstes loch äh could can you do the maze with one shot good luck okay that's interesting i don't know where to go okay ich glaube ich weiß wo ich hin muss hoffe ich wenigstens war außer mal das ist jetzt ich habe keine ahnung ja so ist es nobody knows where we have to go okay komm schon die planschen ist klar dass alle piraten schiff nein ja willkommen klub hallo nicht runterfallen nicht runterfallen jetzt bin ich anfangs richtig und bin dann noch falsch gegangen das darf doch nicht wahr sein dahinter hinter dir das schräg unter dir ist ein rohr da bin ich durch und dann kommst du automatisch ins loch rein ich weiß nicht genau wie man am besten vielleicht auch von der seite ich weiß ich kann mir nicht genau erklären wie man da reinkommen ich bin jetzt auch so ich bin durch so einmal schräg drunter ich weiß was du meinst aber ich bin ja das strokes ich wollte dir nur helfen ich weiß aber ja ich war schon mir war nicht mehr zu helfen macht nichts das gefühl kenne ich das nehmen das andere das kommt direkt da rein oder nicht ins loch links unter unter dir noch ein anderes loch es allerdings auch schwierig zu treffen also sind beide scheiße abgesehen ja blöder besen das ist eine sehr blöde position auf der man da liegt ich bin ich jetzt die zeit war abgelaufen da war zu viel ob ich bin noch drin aus irgendwelchen gründen wieso 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 das ist falsch zu wenig schwung oben ach du scheiße zu wenig schwung ja das wird witzig oh ja die freude groß ich hab's geschafft sehr ruhig ich hab's schon zu weit komm schon na ey wir ist das zu viel oder zu wenig oder bla nein nein corporations auch hier geschafft ich jetzt beinahe geschafft oh das ist interessant Theville vom aussehen ja und enthält auch die karthäurena hafte ich bin gar ich bin zu unseren loch gekommen das ist ein toten kopf geschafft so geht das die blödes loch ja 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 geschafft glückssache hier ist nur glück blablabla bleibt endlich auch mal hier hat man gar nichts mehr doch doch ich gucke gespannt zu bist du schon drin ja das ist erstaunlich und eingelacht und habe ich auch das ist das von dir kommt er wohl nicht nicht in übrigen der frosch ist nicht gut animiert nicht auf den frosch. warum? ich mag ihn auf den frosch. ich mag ihn auf den frosch. schuss man muss darüber ach du scharf Ja, das war nicht mehr niedlich. Nein. Komm, du Pisser, ey. Sorry. Nicht schlimm. Alles gut. Oh, ne, ne? Ja, das war so, ey. Oh, eingeloggt. Mit zwölf Schlägen. Gosh, fricking. Ja, das war so, ey. Jetzt geh da rein. Wenigstens ne gute Zahl, 96 ist doch schon okay. 96, alte Liebe. Und das ist ein, was ist das, ne Gottesanbieterin? Oh, was? Das da ober uns war, glaub ich, ne Gottesanbieterin, ich hab keine Ahnung. Äh. Okay, wir müssen nach da. Huch, wo bin ich? Was passiert hier? Am Ende der Welt? Was, weh, wo, was, weißt du, wo bin ich? Ich komm da nicht mal hoch. Nein. Nö, das ist interessant. Bin ich, bin ich, oh, bin ich. Ich glaub, du bist richtig. Oh. Glaub ich. Ja, ich, ich glaube auch. Oh. Kondor. Durch Zufall? Kondor? Kondor. Kondor. Kondor durch Zufall mit sehr viel Glück. Nearly there. Oh, das ist interessant. Hä? Ja, bei dem Loch war ich auch. Und vier. Auch ein Kondor. Du hast ein sehr schöner Planeter im Hintergrund im Übrigen. Ja, stimmt. Der, äh, Pinke, ne? Ja, der Pinke. Pink Floyd? Uh, da war ich auch. Ja, da müssen, glaub ich, alle hin. Das Geilste ist, da bin ich runtergeknallt, ne? Da bin ich runtergeknallt auf dieser Drehscheibe unten drauf. Das war immer so, das war nur so Millimeterarbeit. Millimeter und knapp über knapp. Gott, wo bin ich denn? Das ist eine Gottesanbeterin, glaub ich, oder? Boah. Ich glaube auch, ja. Ja, das ist eine Gottesanbeterin. Very lucky. Ja, das ist er. You are a lucky man. Und jetzt schießt er dich raus. Oh, komm schon, bitte nicht, sei nicht verbuggt. Sei nicht verbuggt. Nee, er sieht sehr verbuggt aus. Oh, Schnitzel. Ah, nee. Okay, hat's geschafft. Escape the praying mantis. Schreibt er gerade. Infinity stairs? Infinity stone? Nee, ich glaube nicht. Tanus? Nein. Nein. Das sieht interessant aus. Stop. Ui. Ui. Oh, Schnitzel, wohin kommen wir? Ist das gut, was hier passiert? Nein, ist es nicht. Okay. Na, wir müssen in das Loch, in das Fass da oben. Was? Wir müssen in die Fass. Ah, okay. Aber wir müssen warten, bis das Stop weg ist. Stop? Nein. Ich würde erst mal rüberkommen. Und go. Und zu wenig. Wum natürlich. Stop. Und go. Nein. 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 Was ist denn jetzt los, Alter? Ich bin die ganze Zeit. Das ist Altaria, das ist frisches. Und er schafft's. Er schafft's, komm schon, das schaffst du. Boah. Oh, ganz viele geile Planeten. Oh, hier stimmt's. Nice. Ich glaube, da war irgendwo, ja, der direkt dahinter, hinterm Loch, der ist geil. Scheiße. 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 Ey, diese Scheiße mit dieser Scheiße. Die beschissenen Bescheißer. Die ganzen beschissenen Bescheißer. Die muss immer beschissen bescheißen, damit die beschissenen Bescheißer wissen, wie beschissen bescheißen ist. Mann ey. Ist so Scheiße. Okay. Okay. Oh, wo bin ich jetzt? Wohin war nicht das Beste. Take your time. Oh. I didn't really take my time, but I have luck. But I had luck. Yup. Wohin müssen wir jetzt? Nein. Oh, das ist interessant. Nein, bleib stehen, bleib stehen. Bleib einfach stehen. Wunderbar. 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 Daneben. Oh. Bleib stehen, bleib stehen. Wie läuft das? Oh, ganz gut. Ganz gut, ganz gut. Muss man hin? Hä? Oh. Oh. Okay, das war zu weit. Hint er setzt mich immer wieder zurück? Digi, wo du jetzt bist, ich werde wieder zurückgesetzt. Ich war zu kurz. Hä? 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 Wer? Du wurdest gerade auch zurückgesetzt. Ich? Nee, ich wurde nicht zurückgesetzt. Du bist die einzige Frau hier. Ja, okay. Ich wurde zurückgesetzt, weil ich irgendwo untergefallen bin, ja. Ah, da ist das Loch. Okay. Deswegen wurde ich zurückgesetzt. Ja, doof. Wieso stand da gerade anal auf einen Kill? Ja, du hast es auch gelesen, ne? Ja. Nein. Warum stand das da? Was hat das damit zu tun? Ich glaube, das willst du nicht so genau wissen. Läuft gar nicht. Läuft gar nicht. Ach, komm schon. Okay. Das lief diesmal echt nicht gut. Ja. Nein. Eingeloggt. Finally. Hey. Gieß, Luis. Nein. Sch. Bitte. Komm. Nein. Das ist definitiv nicht die beste Freude. Kann ich mich in der Zeit mal sportlich betätigen? Komm, 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 komm. Ich habe mir was zu tun in der Zeit. Ja. Oh Gott. Oh, und jetzt sind wir natürlich schon fern. Ey, wie geil. Middle, right or left. Turtle Lake. Oh, was ist das für witzig. Mein Puppel schwitzt. Wie die Bälle da hinten. This way. Oh nein. Und die Spinner bin rübergesprungen. Yeah. Whee. This way. Oh, nö. Ab in den Trichter. Habt ihr es geschafft in den Trichter? Ich bin im Trichter, ja. Ich auch. Hallo. Ich bin noch nirgendwo. Ich auch nicht. Jetzt muss ich noch an den anderen. Und kommen wir, bitteschön. Not so lucky. Ah, schade. Okay, okay. Komm, komm, komm. Ich bin im Trichter. Ich bin im Trichter. Okay, scheiße. Leider nicht mit einem Schlag. Aber mit rein. Oh, ne, ne. Ne, jetzt ist es mich nicht. Er ist jetzt immer wieder ganz. Komm, du. Beschissen ist ein kleines. Nein. Hau ab da. Ja. 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 Das Spiel. Naja, wen, so kann man mich nicht mehr einholen. Seine Verkacke nur noch. Kämpfen, Jungs, Kämpfen, die Weltschautsuche und wir haben gestern gelernt, dass alle noch für Millionen von Jahren angesehen werden, alles angesehen werden kann. Schaka. Also los, haut rein. Schaka? Schaka. Ist das gemein? Ja. 5, 6. Seid ihr schon alle drin? Ich bin drin. Ich bin drin. Ich bin drin. Ich bin schon drin. Ich nicht. Mit drei Schlägen. Ich mit sieben. Ich glaube, ich habe neun. Ich habe neun gebraucht. Wie der jetzt angeben muss. Ich war mit drei Schlägen schon drin. Ich habe mir halt ein Beispiel an Frutus genommen und an Diakaya, aber gut, bei dir sind es eigentlich nur die Sprüche. Ich habe euch ne Wasser. Ach komm. Ich bin bei Turtles. Oh, Turtles. Kaya weiß, dass es Spaß ist. 16. Gut gern. Wenn ich sie ernst meinen würde, dann wisselt ihr das schon. Nein. Doch. Nicht über die Seite. Ei. Was? Wie jetzt? Wo jetzt? Warum? Wo muss ich hin? Ich wollte doch nur schummeln. Ich wollte nur schummeln. Aber schön, dass er sagt. Ich will doch nur spielen, ich tue doch nichts. Ich will doch. Bleib, 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 bleib. Bitteschön. Nein. Oh. Ernsthaft? Okay, das war jetzt. Ich bin runtergefallen und war richtig. Nee, warte. Ebenfalls. Und ich glaube nicht. Also wirklich runtergefallen. Das war nicht mal geplant. Bleib liegen. Bleib liegen. Jetzt. Na, hi. So weit. Hi. Hi. Wohin müssen? Sorry. Ja, du solltest. Danke. Okay, da müssen wir hin. So weit. Jo. Jo. Oh nein. Mit Glück. Oh nein. Mit sehr viel Glück. Hi. Hallo. Du hast doch geschafft, hm? Nee, ich bin aus dem Loch rausgefallen. Okay, das ist nervig, hm? So, vorletztes Loch. Boah, zehn Punkte, jetzt sind da Kaya wegen einem Loch, oder? Boah, zehn Punkte, jetzt sind da Kaya wegen einem Loch, oder? Und da machen wir... Lü... Dead by Daylights, würde ich sagen. Ja. Weil ich glaube, viel mehr Golf jetzt schaffen wir. Nein. Ich hab' mir aus, bevor wir verrückt werden. Das machen meine Nerven nicht mit. Deo, du müsstest da, danke. Deine alten Nerven. Ich musste schon mal eine Herz tropfen nehmen, die ich nicht habe. Deine nicht vorhanden. Er hat schon mal einen Termin bei seiner Therapeutin gemacht. So. Sie will mich nicht mehr. Reden wir doch mal über ihre traumatischen Ereignisse. Ah, okay. Warum war mein Ball? Warum ist mein Ball in Stein's Lupe gefallen? Weil es ist mehr grauenhaft. Es ist mehr als grauenhaft, es ist mentale Folter. Ja, sag ich doch. Ach du Scheiße, wie würde man denn da rüberkommen? Mit einer Menge Fantasie. Juhu! Ja, nein! Juhu! Geschafft! Das ist ein paar! Nein! Nein! Doch. Glaubst du mir nicht? Bezwichtigst du mich grad der Lüge? Ich nicht. Ich meine meinen beschissenen Ball. Ich glaube... Baby, baby, butter, butter. Ich glaube, Kaya spielt das Spiel nie wieder mit mir privat. Nope. Ich habe auch nie privat gespielt. Hat jemand das mit dir privat gespielt? War es Goldfit? Ja, Goldfit haben wir schon privat mal gespielt. Ja, da war ich bestimmt nicht anwesend. Dann warst du voll. Ja. Oh, geil, ja, bestimmt. Ich bin Goldfit vollit. 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 Nein! Hier unter? Okay. Ja. Was ist denn da unten? Ah, das ist interessant. Nein, ich bin auf der Treppe. Das hier so ein bisschen MC Escher oder was? Nope. Das ist nicht drückt. Wie soll das denn... Ey, wie... Das ist... Hä? Ey, mapmaker hat auf jeden Fall was gegen uns. Ähm... Ach, du... Ja, ne... Wie willst du denn da... Äh... Und ich habe es geschafft. So, ich holen muss nicht jetzt. Na, wer... Na, wer... 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 Oh, ja. Na, das wird witzig. Ich glaube, das wird bei mir erstmal jetzt gar nichts, weil ich habe keinen Plan, wie ich da hinbekomme. Okay, da steht sowas dran. Thanks for playing. Rate or comment if you enjoy. Ja. Bin ich wirklich. Hi. Hi. Bin gleich wieder da. Ja, ich muss gleich auch einmal ganz kurz vorhin. Ich auch. Ich nicht. Ich nicht. Ich war schon drüben. Warum? Ich war schon drüben. Stimmt, du lagst direkt auf deiner Seite. Von mir. Oh, ich bin nur dritter geworden. Oh, Mensch, ich habe das zweite Mal gewonnen heute. Und ich bin das zweite Mal nur dritter. Die hat Spaß getan. Ja, die war echt cool. Dieser Sack hat mich aus. Frösche Stimme. Nee. So, was spielt ihr denn? Äh, wir spielen Dead by Daylight. Ach, so eine Scheiße. Ja, dann bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020